Ola von Osttuch Jawohl Olaf ist noch gestorben Alter Dank ihr Kleinmarsalen manchmal sind die echt nützlich auch doch aus Schildsen oder Kostbos aber ein Grund der Alten die Träger schicken ich hol mir jetzt auch schon durch Schnauz voll von mir was ist am Mut von der Stufe oder der Stufe vier alle kommt jetzt genau meine Richtung ich mache den jetzt kalt oder mit dem Koffer schneller weil er vor viel schnell K.O. und wieder gleich abkommt jetzt habe ich meine ich habe die Schlange jetzt wird der Wichse gehen wow what the hell der ist gleich down Olaf kommt her die Asche ist gleich tot glaube ich wow der hat mich getötet die Schwerte hatte voll wenig Leben der hat noch 21 Leben ey deine Scheißwassern gehen jetzt so auf den Sack ne Schway hauen jetzt alle weg ich hole gleich alles jetzt was ist los die Kuh er hätte der Mann ist da der der die Geschlechts der die Spektrums hat anstatt er vorgibt Schnau Schäuertschau jetzt hat erst jetzt kommt er komm auch die Dauern oder noch die Dauern recht wenigstens es macht die Mauer nette alle wir haben erst ein Altar ich versuche jetzt hat hier um alle Worte schon tot zu machen wenn der Altar und freizulich mit ihm das hat alle weg meine Katze lang hat mich jetzt echt langsamer eine Karte der Krieg schütteln die Oberkatzung der Krieg sei ruhig das stimmt Meister was ist los und verweigst du heute so oft ich weiß nicht die Komma ist auf jeden Fall zu mir kommen auf jeden Fall zu mir ich bin mir zusammen auch wieder in Ordos Asche Scheiße, komm her oder so auf alle Fortschritte Scheiße Egal noch will so viel Schaden wie du willst Alter aber schicken sie durch die Scheiße aber Olaf hat nur Hälfte ist seines Lebens als freilich die Leer weg was schon was so oder so schaffen aber ich weiß nicht so oder achtsdruck Bossen Olof der ist echt heftig der Macht voll viel Schaden Art Weg von Verlommen das ist so ja ich mache Olof jetzt fertig ich komme noch auch den Pro Brüssel Volk hat Salda es genau bei dir von Unter das schon verloren Boah schon mal langweilig jetzt nicht alter Schlampe Wo ist die ne? Die ist oben Warte ich lock die hinter Oh die hat Jax umgebracht alter war das Olaf Heute sterbe ich voll auch Olaf ist down ja und gleich zwei auf einmal habe alle beiden umgelegt das nennt man von einer Tja wer sich mit meinem Kumpel zerlegt der liegt sie auch mit mir an so sieht es aus der Betracht Worte Fakt geht doch weg die scheiß Fenster und muss hoch wo ich bin fast auch noch doch aber schon ich ruf mich zurück hier war davor ich bin schon für zene und sechs auch die stufe 7 bleibt stufe sieben allein allein soll jetzt mal meine berühmte jetzt soll nie mal kommen alle ich habe die Generation voll hochgelevelt vielleicht schaffe ich auch jetzt sofort vielleicht muss die mal ein bisschen eingrenzen so dass die da bleiben wo du jetzt bist so und die sind schon fast alle tot oder die wir sollen schnell fertig ich bin da kommen die alder wir haben schon verloren alle beide ein gewollt hatte muss auch schon da kommen die schaffst du noch die schaffst du noch schief und sich um jahre jetzt kann weiter sagt Nummer zwei umgelegte Alter ich bin heute richtig Tötungsrausch und stelle ich hier die ganze Zeit Scheiße ist gerade voll in den Turm Rhein-Neckar durch hoffen die Flasche auch schon ungefähr noch der Flucht soll er zweimal Waffe Level 9 ich habe schon fast 200 Schammer Olof kommt zu mir Alter du was genau ich mach dich fertig tun die Schreiber nicht viel an 8 mach ich da steht jetzt und auch die Woche 169 ja ich lerne erst stärker der drei Dinge und dann den gefressigen es geht dann voll schnell wenn du die so oft hättest dann kriegst du ja immer fast 500 Gold von denen da ist der Olaf der Witzel den mach ich locker fertig aber jetzt ich hole mir erst mal Asche Alter ich will dich rechnen komm doch gerne du bist Alter ey schweig hast du Asche Alter wie der sich immer verpisst Alter 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 Scheiße alles ich verrecke Alter ich will euch noch getaubt Schlampe Alter die geht immer von Ferne Alter anstatt die Herd vom 1 gegen 1 dann fick ich die Alter aber nein machen wir doch noch zweiter Runde ja ne keine Ahnung machen wir doch und ich wurde sechsmal getötet auch schon Leute sechsmal umgebracht ich mach 199 Angriff von unten und die machen unseren Ton kaputt aber nicht mal Olof nimmt ein du ich wund' mich jetzt Olaf der Olaf auf jeden Fall zurück Olaf kommt äh Dinger runter da kommt er ich mach den Lockerdown er geht noch so aus Schild meine erste Asche hat schon ein Ton kaputt gemacht die Schmock gefallen oder wenn man zum Beispiel die Sitz